Traumjob oder Albtraum, Arbeiten auf dem größten Volksfest der Welt, kann beides bedeuten. Ganz wichtig für jeden Wiesnjob, egal welcher Art, sind gute Nerven und ein gutes Durchhaltevermögen. Das hat nicht jeder, deshalb werden in den 17 Tagen auch immer wieder Stellen auf dem Oktoberfest frei. Dann kommt die Wiesnjob-Vermittlung ins Spiel. Ein Bericht von Timo Michielsen.